Heute ist dein Glück, Katz. Gott, die Scheiße! Did he ram me? Good luck with that, bro. Stop it, no! Stop it! Stop it! Stop it! No, no, no! Try to escape, people! Be strong! Yeah, man! George! Wie ist das nicht der Big Boon? 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 70% in Takt. Kannst du den anderen Bisschen? Danke. 30% in Takt. Kannst du den Takt? Warum ist es nicht... Oh Gott. Warum ist es in Rage? Oh Gott. I'm nearly out of ammo, so... I'm assuming he went this way. Yeah, there he is. So to get more backup, which I can't really do much about. ... 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 I can't actually get a look at my character. Unless they're in a vehicle. I don't even have legs. A famous C, Diamond Dust. Is this really wellspring? Hey, Laufkundschaft. Hurra, hurra. Noch ein ödlern Trampel, der sich in die große Stadt verirrt. Was kann Sheriff Marco Kuro für dich tun? Ich bin Ranger und möchte helfen. Irgendwas los, Sheriff? Mutanten. Diese verdammten Mutanten. Ich hab ein bewaffnetes Team runter in die alten Tunnel geschickt, um sie zu erledigen. Aber meine Leute konnten sie nur einsperren. Ihnen fehlt die Feuerkraft, um sie zu erledigen. Es muss was passieren, und zwar bald. Sonst haben wir Mutanten hier oben. Ich will nicht, dass wir denselben Scheiß erleben wie Gunbarrel. Was ist das? Don't not come back? How do I get there from here? Is it somewhere I can drive? Because that's one of the first missions we got. Is there anything in here? Just while I'm down here. That's a tight fucking turn. It doesn't look like Wellspring. I mean, I know it's been like seven years or something. But none of it looks like Rage. None of it feels like Rage. A lot of the stuff that was Rage. What's that? Oh, that just tells me as well. I'm not sure. 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 Robbie Black. A dead guy. Sydney Quickdraw. Hey Ranger! Ranger! Wir haben dieses Loch hier zugemacht, damit die Mutanten unten bleiben und hier nicht alles auslöschen. Ob Ranger oder nicht, das ist reiner Selbstmord. Aber, falls du dumm genug bist, in deinen sicheren Tod zu klettern, solltest du wissen, dass wir das Tor hinter dir fest verschließen. Und wir werden es nicht öffnen, bis alle Schleimzecke, Eier und der ganze Scheiß weg sind. Die Mutanten verteidigen ihre Brut mit allem, was sie haben. Sie werden versuchen, dich von ihren Eiern und dem ganzen Scheiß fernzuhalten. Aber, falls du es schaffst... Oh my god, it's the tutorial for nests! It can't be! Wenn sie das Interesse an dir verlieren und abzischen. Und dann... Aber nur dann, lassen wir dich wieder raus. Kapiert? Keine Sorge, ich mach das! It can't be the tutorial. It's only rank 5. We've all... We started... We started in... Gunbarrel. And there was a mutie nest near that, right? No? Yeah, there was. It was down here somewhere. Wasn't there? Oh, fuck up. It doesn't matter. I've got my shotgun. There's no items here. There's no items here. You're not illegal... No! 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 I'm trying... Believe it or not... To do that! Man! Man! No! Man! 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 Not that. Why can I not do it? I don't know. There we go. It's so hard to do. There we go. I'm not Nikki Rain. Nikki Rain is dead as far as I know. No game's dead. Agoop! You saddemCC! Achtung! Like that! No, not like that, damn it. Oh, over there. I missed one, I think. Yeah, I really missed one. That's so stupid. But y'all could see what I was trying to do. That is a thing that you have to do. That is a goal. An achievement. And it is... Run! Oh, I can't get it to do it anyway, so it doesn't fucking matter. As I sneeze... Very professional. That looks like a lot of ammo over here. Any of it useful? No. Okay, now I need to get the fudge out. Which is down this way. How do I get down this way? Do I have to... God, imagine having a clear and readable layout in your video game, eh? Who wants that? No, I'm just back up here again. Nope, that ain't right. I think you lead to the same place as well. Lost in rage... How do I get out... Of here? How do I get out of here? Am I ever gonna find another Abaddon mutant? So many questions! How the fuck do I get out of here, dude? This is a tiny little area. How did I come in? It has to be there. Is there a down to this bit? Is there a... Oh god. Further down? Yes. Okay. Hey man, I... I played your mutant problem. Can I... Can I turn my quest in? No, he just doesn't care. Brilliant! Ziel erreicht. Systeme regenerieren. Bin zurück, Walker. Mir geht's gut. Danke. Der, 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 der... Der, der der, der ... ...kann ich aber... ...und... Ich bin der, der... ...und... ...und... ...und, der, der... ...und... Hier drüben. Interessiert einem Söldnerjob? Ja, ich bin Slackhead. Ich leite den Großteil des Karavanhandels in Wellspring. Ich hätte dann einen größeren Auftrag, der einiges an Feuerkraft verlangt. Die Goon Squad hat Stilltown im Osten besetzt und alle Einwohner umgelegt. Nicht schön. Die Karawanenführer suchen jemanden, der unseren Außenposten von diesen Freaks befreien kann. Dort hat sich eine kleine Armee von Goons eingenistet. Wir brauchen also jemand mit Erfahrung. Du siehst erfahren aus. Klar habe ich Erfahrung. Ich sehe es mir mal an. Ich hoffe doch mehr als das. Melde dich, wenn die Goons weg sind, dann schicken wir unsere Leute. Häng den Auftrag ruhig ab. Hab mich drum gekümmert. Hab schon davon gehört. Beeindruckend. Gerne jederzeit wieder. Wimmathe Tillits. Das ist ein guter Punkt. Das ist wert. Das ist gut. Das ist es. Das ist es. Nein, er sitzt auf der Toilette und hat Rats. Was ein Pro. Falafel Garglington. Trader. Cyberdoctor. Cyberdoctor, found in Wellspring, kann assiste in permanent upgrading yourself with augmentations. They're each purchased with a life gland, a neuronic interface and an arctech core. Wimmathe Tillits. Ich passe gerade die See-Stärke an für dieses... Health augmentation. Overdrive augmentation. Wir sprechen hier über nanometer. Weapon damage augmentation. Der unterschiedlichen Trigger ist gewaltig. Nanotripe reset. Okay, weapon damage augmentation. So viel ist klar. Dein Potenzial ist unbegrenzt. Die meisten brauchen eine neue Kiep-Masse oder ein... Sokulaten. Die jedoch kann so viel mehr werden. Ausgezeichnet, dein Körper... Oh, kann ich sell you some shit while I'm here? Now, what do I do? How do I... Do I just have more health now? Oh, I can... Put the hellfire mortar on that thing. So, I bought a bunch of... Stuff. How do I... Activate it? That's my father... Belches. Bin allzeit für Modifikationen bereit. I own... I own... Ten of them. Ausgezeichnet. Dein... How do I use them? I don't understand. How do I... Do I just... Is there a way to see my stats? Is there a way to just see my stats? I've done 10 of 12 arcs, by the way. Is there like a... Yo... Walker. I'm coping well physically. How do I find out if that took? Hör zu, Mann. Ich will nicht mehr... Ich bin auf meinem Weg hier rein, an der alten Ruine vorbeigekommen. Direkt am großen Riss. Dort war was. Ich hab schreckliche Geräusche gehört. Schmerzensschreie. Und Qualm kam da raus. Was geht da wohl vor sich? Dort spukt es, ganz sicher. Die Geister der Altwelt lackieren zurück, um uns das Leben auszusaugen. Ab sofort mach ich einen Riesenbogen um das Gebiet. Jawohl. Ich war da. Keine Geister weit und breit. Bloß ein paar Goons mit einer Rauchmaschine. Ach, echt? Wow. Und ich war mir so sicher. Dann kann ich ja vielleicht wieder losziehen. Danke. Um, I need to leave the game now. So how do I find out? How do I get... God damn, how much of this is Wellspring? I can't still be considered to be in Wellspring. I really can't. So I just have 150 health now. I am missing two Arcs. So. If I'm guessing. Void, which is in the Overgrown City. And Weapons. Immortal Shrouded Vault. Overgrown City. Yeah. We can't actually... I don't know how to get to the Overgrown City. That's not where the DLC is, but I thought it was. But it's not. That's the Overgrown City. So I just have 150 health now. That's a bit disappointing, to be honest. I wanted, like, you know... Some kind of acknowledgement that we were having major surgery. Really did want some kind of like... Yo! You're having major surgery. No, you're not coming here. Don't be kidding. Don't be kidding. Bitte, hör mir nur zu. Es dauert nicht lange. Hey, Chris Ledong aus Drombox im Osten. Bin einer von einer Handvoll Überlebender. Wir waren gerade in Beitrittsverhandlungen mit der Handelskoalition, als auf einmal die Goon Squad aus dem Nichts auftauchte. Haben uns einfach überrannt. Die sind sicher immer noch da, neben den Laden auseinander. Ich habe mein Zuhause auf ähnliche Weise verloren. Wie kann ich helfen? Bürgermeisterin Lucem sagt, sie kann nichts gegen die machen. Aber du vielleicht. Du darfst doch alles von Wert behalten. Wir haben sogar eine Arche. Doch kriegt die keiner auf. Hauptsache du machst die Goons plant. Ich will Rache für meine Leute. Bin da gewesen. Es sollten kaum noch Goons übrig sein. Vielen Dank, Ranger. Hoffentlich können wir jetzt ruhig schlafen. Ich bleibe hier, bis der Wiederaufbau beginnt. Ja, ich bin rundherum in diesem Spiel für... wie lange jetzt? Let's have a look. About 28. Yeah, about 29 Stunden. Befeuchtet in Rachen. Schmeichelt. Hast du Hunger? Wir haben Gigator Schwarten. Eingelegte Sonschet Augen. Egelstreifen mit Meerrettich. Extra bill. Und natürlich, Fusel. So ein Duzel. Vielleicht später. Bin auch beschäftigt. Hey, ich würde gerne was loswerden. Über meinen alten Freund, Ned. Keiner will mir zuhören, wenn ich von Ned rede. Aber ich will jetzt über ihn reden. Weißt du, Ned... Ned war von der Sorte, die immer alles anders machen muss als die anderen. Er hat diesen verrückten Außenposten gebaut, mitten auf ner Brücke. Der hing so weit über, dass er fast in den großen Riss gefallen wär. Und dann ist Ned auf nem Haufen Vogelscheiße ausgerutscht und abgestürzt. Den ganzen Riss runter. Hat ihm den Schädel zerdeppert. Hab gehört, die Goonshausen jetzt dort. Echt Scheiße. Mein alter Kumpel Ned hätt's gehasst, dass die gottverdammten Psycho-Iros sich jetzt in seinem Brückenhaus breitmachen. Der Ort war voller Goons. Wie du sagtest. Verdammte Bastarde. Hoffentlich hast du ein paar erledigt. Danke. 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 Der nächste bitte. Was soll das sein? Nettes Gesicht. Kiefer. Und Schuh. Hoh. Fisch rechts. Ah. Pipe down. The ancillary water supply station has been tainted and the pipeline's blocked. Someone should really check it out. Someone heavily armed and not me. There could be all kinds of hostile mofos out there. I mean, nobody's been out to the plant since old man Hager's time. Moz. Um, well, yeah. That was us. So. Oh. That's the one we just did. Glisten success. Ich habe deinem Herrchen schon mehr als genug geblecht. So darf mich keiner behandeln. Lady, ich bin kein Söldner. Schnauze. So was man denn jetzt ja. Schau. Und mach die Lauscher auf. Meine Bergungscrew gibt seit Tagen keinen Mucks mehr von sich. Macht sich garantiert die Taschen mit meinem Feltret voll. That cigarette's gonna start burning your finger in a minute. Bestraf sie. Mach sie kalt und verstümmle sie für ihr Vergehen. Das Feltret kannst du behalten. Keiner hintergeht Glisten success. Und jetzt zisch los. Husch husch. Die Bergleute sind tot. Die Goon Squad hat sie erledigt. Verstehe. Tja. Vermutlich haben sie's verdient. Dann sind wir hier fertig. Zisch ab. Schatz. Ich bin bereit zu dienen. Ich bin bereit zur Lieferung. Gut. Lass mich sehen. Upgrade Schematics. Yes. Aktiviere Ruhe Modus. Stop pretending you're a toaster. Aktiviere Shopping Interface. Jack erleichtert dir deine... Hallo. Herzlich willkommen. Siehst schick aus. Hast du's wohl gut getroffen. Willst du kaufen oder verkaufen? Ein guter Handel macht alle glücklich. Vereindruckend. Frisches... Frischfleisch.